Peace Leute, 90 Tage Challenge Tag 51 Ich habe jetzt mal den Kamerawinkel verändert Ich hoffe ihr könnt es jetzt nachher mal Oder ihr könnt es genauso gut sehen wie sonst auch Wir versuchen es einfach mal, ok? Das hier sieht aus, ich hier nicht verscheiße Also, wir legen los Ok, ok Leute Ich glaube Das wird so nix, ok? Das heißt, wir bewegen uns jetzt Weiter hier her Ok, sorry Leute Ich wollte es ein bisschen experimentieren Kamerawinkel Hätte ich auch vorher machen können Ich gebe es ja zu, aber jetzt ist es so Weiter geht es Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok ok Leute ich verspreche ich morgens wieder ganz normal das war jetzt nix aber ich will nochmal anfangen und wir ziehen jetzt durch das war jetzt ich will ich will ich will es ich will ich ich will ich will ich will Bis zum nächsten Mal. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Und so Leute, das war's für heute. Alles klar. Die schlechte Winkelarbeit hier von mir bin ich zu entschuldigen oder mir nachzusehen, zu verzeihen. Also, in diesem Sinne, bis morgen. Peace, pain and sweat. Bis bald.